Ich kenne keine neuen Videos von dir. Wo hast du dich versteckt? Sag ich dir nicht. Dann weißt du zu viel. Hast du dich im Keller eingesperrt? Nee. Oder warst du ein Ballermann? Ich war auf Mallorca. Für zwei Wochen. Weil ich mich so traurig bin, ey. Und wie war's? Zwei Wochen war geil immer. Die Sonne sind umher und die rechte Hand haben... Zigarette. Ja. So, was hat denn eine Frau und ein Otto gemeinsam? Weißt du die, Gerrit? Ich aber. So, die ist einfach eine Hupe zu viel. Bist du wieder gut drauf, Micha? Ja, hallo, was ist los, ey? Ja, die will. Jawohl, der Unterschied zwischen einer Frau und einem Otto. Eine Hupe zu viel. Was heißt das? Ja, zwei Titel, ist klar. Sauber, Jan, korrekt!